Ja, hallo! So, das erste Video hier, das erste richtige Video von SchwumLive. Oh mal, was ist SchwumLive und so? Ja, wissen wir noch nicht. Ja, steht noch nicht fest, keine Ahnung. Da seid ihr alle herzlich eingeladen, hier, SchwumLive und so. Ich hab gedacht, demnächst mach ich mal ein paar Videos über so Sachen, worüber viele vielleicht noch nicht wissen. Ja, zum Beispiel Kryptowährungen, Blockchain, Docker, Spiritualität, das Leben, was weiß ich. Und wenn dann irgendwie mal wer mehr sehen will oder so, dann können wir dazu mehr machen. Ja, also bis dahin, SchwumLive.de, Instagram, Twitter, hier, wir sind in Asperg unterwegs, Leute. Und ja, das ist jetzt mal das erste Video hier von SchwumLive als Begrüßung für unsere Fans. Ja, sehr schön. Deswegen einen dicken Daumen hoch, wie du immer so schön hast. Schön fett liken und teilen und alles, ne? Damit SchwumLive bald richtig groß ist. Und ja, wünschen euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag und liebste Grüße an alle. Wuhh-loh! Ja.